hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von schieß mich tot arc survival und ich habe hier kristalle gefunden und steine und und metall und kristalle und ich bin gleich voll und ich schmeiß mal meine steine weg ja gut ich suche immer noch die kleinen fischer wo geben die was irgendwas wo die chini oder sowas wie heißt diese weißt du diese chitin ich heiße egal wie er und weil ich das brauche für eine maschine zu erscheinen oh ja von diesen kleinen krabbelviechern ja ja genau oder von diesen käfern was für käfer die einen immer angreifen die fliegenden dinge ah ah die du sie in den dschungeln gehen stimmt die habe ich komplett vergessen die einen immer verfolgen so in der luft 2 und 3 oder 4 5 auf dem boden dann so meine können wir noch fliegen schaffst du das aber das irgendwie schwer zu finden die viecher ja hier irgendwie schon die kommen nicht so viele am anderen servern da da keine ahnung da verfallen sie dich ständig und du musst einfach ein bisschen weiter rein gehen ja wahrscheinlich wir sagen wir sind auf so eine kleine insel deswegen jetzt gehe ich hier antritt weiter oder ich suche nicht grundlich genug gibt es vielleicht die konträte daran nein wieso kann ich auf einmal so viel zeugs aufnehmen nein scheiße Fremd, äh, sagt man, die Kabel, Fischer befinde ich nicht, momentan. Die Schettin brauchst du, ne? Ja. Ha, hier sind es viele. Okay, ich komme mal zurück. Wo ist zurück? Oh komm verrecken einfach Jetzt Wow 20 nicht schlecht Das ist fishy So nochmal 371 Eisen Wir machen ihn auf Hab ich Gut 11 Kristalle hab ich nur gefunden Wer nicht Das ist der Alarm Ich hab glaube 60 gefunden Da ist Zement Du hast Zement gemacht Wie Zement Da ist Zement drin 5 Zement Also ja Ich brauche für die Maschine Das ist so schwarze Pulver oder? Ja grau halt Ok ja Das brauche für diese Maschine einfach Ich glaube ich brauche 35 Zement Die wir nicht haben So Ich meine Oh Boah Meu On T Hm. Oh, ich muss essen was. Es ist sehr schön hier und sehr hoch. Ich? Wo sind meine Statuen? Da. Na gut. Meiner braucht Pause. Oh. Man fällt schon ziemlich tief. Wo warst du, da bist du fast verreckt? Ich brauche nur noch eine dritte Statue. Zwei sehen doof aus. Vogel. Apropos Vogel, wo ist mein Vogel? Ist der jetzt da oben? Da runter. Wo ist denn da hin? Ich sehe ein T-Rex. Was laberst du? Weißt du wo ich bin? Nee. Siehst du wo ist diese rote Säule? Ja, ich weiß wo die ist. Da bin ich. Ach so. Da bist du. Da war ich doch vorhin auch. Hm? Der steht da rum, ne? Ich versuche. Ich versuche. Die ganze Zeit diese, weißt du doch. Versuche ich. Hm? Hä, wie solltet ihr die immer noch an? Ach so, weil ich ihr die angezogen hab. So. Was haben wir schon? Lalalala. Oh scheiße. Hm? Ich hab gewandt lol. Weil ich hab gekämpft gegen den Level 40er. Ja 40. Ja 40. Gegen wen hast du gekämpft? Gegen den, weißt du diesen kleinen Dinos. Flyfresser. Alter. Alter. Verdeckt einfach. Endlich. Oh, dort. Wo ist der? Da sind ja schon wieder Steine. Oh yeah. Von Farmen. Oh yeah. Was ist denn hier noch so? Also die Fischer sind einfach mit dem Flugdinosaurer einfach zu finden. Also wenn du echt nur Teil brauchst, hier ist genug auf dem Hügel hier. Ganz viel. Das ein Bär oder sowas? Was bist du? Dann fern dich von den Bären weg. Nee, das ist kein Bär. Mein Opferster auf Adler. Was habt ihr da grad getötet? Richtig nicht. Ein Raptor. Ein Raptor haben die getötet. Ah ja. Ein Raptor hat mir scheiße geholt. Oh oh. Habe ich gefunden. Den Echsen. Was ist das? Das ist das. Was ist das? Es ist das. Das ist das. Die sind die gebetbetätigen. Da ist ein Raptor Den will ich haben da sind sie die fliegen die gt nerven dinge Gucken ob die hinterher kommen jetzt Kommt ihr zu mir Nein Wuuu Alter Alter, weg einfach. Hä? Jetzt endlich. Also, jetzt fliege ich zurück. Scheiße. Warum? Ich habe keinen Bock mehr, die zu farmen, äh, suchen. Aber das sollte mir reichen auf 130. Glaub ich, ganz weit weg. Ja, klar. So. So wird er schnell noch. Hügel. Ah, wir brauchen Pauze. Ah. Schöne Pause. Und fliegen weiter. Hä? Was ist? Hast du was gefunden? Ja. Was? Ah, jetzt ist er schon da. Wo sind die scheiß Viecher jetzt? Uuuupsala. Oh mein Gott. Scheiße. Was? Die scheiß Viecher. Die machen mich hier gleich platt, ey. Die fliegen ja, oder was? jaaa.. �� äh... Neiinn. Ernstchen. Dein, drei.. ein wie scheiße ich bin fast so weit von total abgekackt hier aber bist du nicht ich lebe noch so gerade eben ist das so weiß extremer nebel aber ein aber ich habe kein steiner ich denke helft so steiner also hunderter stück mal sehen wie viel die brauche ich überhaupt hoffe das reicht die zündung brauche ich noch das konnte knapp sein wow wow hast du mich jetzt warum hast du so viel eisen ich zeig dir gleich wo das ist komm gleich mal mit zeig dir wo das ist 200 da schon heftig weißt du es da habe ich auch gerade diese komischen fliegen dinge da angegriffen also dass es nicht weit von uns wird was ne direkt hier gegenüber echt auf der anderen seite der insel auf dem hügel da oben komm ich zeig dir das ich will dir was zeigen jetzt hör auf da aufzubasteln komm her weiter 6 komm komm mit der fertig. So, flieg mir hinterher. Siehst du mich? Ja. Da lang. Einfach da so lang auf die andere Seite. Ich habe gekackt. Ja, super. Und ich bin in dieser Kacke reingeflogen. Dann kommt hier ein Hügel. Dieser? Siehst du diesen? Und hier oben? Sind dann Steine. Links und rechts und ein bisschen weiter unten sind dann diese ganzen Steine, die ich schon weggefarmt habe. Ne, da. Siehst du? Da, da sind dann die Steine. Kann man die kloppen. Immer auf dieser Seite. Ist doch nicht weit. Ich weiß nicht, ob der kann so viel tragen, wieviel ich fange. Mal laufen. 5 Kilo! Normalerweise die Metall wegen ungefähr. Ich habe jetzt 95 Metall aus einem bekommen. Die Steine schmeiße ich immer weg. Weiter unten sind dann gefährlichere Tiere. Ja. Echt, die haben mich gerade fast platt gemacht, diese Viecher da, ey. Echt? Und dann hat sich noch ein Dilo eingemischt. Aber fast vorbei. Ich musste mal auf Dinge stellen. Das ist jetzt neutral. Deine. Hä? Hey. Hey. Verlassen. Schauen, kurz. Hä? Was? Wie geht's da? Jetzt geht das oder? Ey, wangst du aggressiv zu deinem Ziel angreifen? So. Hey, wieso ist mein dort? Wie, wer ist tot? Nein. Mein Flugdino, wieso war er dort bei dir? Weiß ich auch nicht, wieso. Ich hab 100 Eisen. Und das wiegt knapp über... Hä? Das versteht nicht. Normalerweise... Ein Metall... Wiegt ein Kilo. Ein... Ja, ein Gramm. Kilogramm. Ein Kilogramm. Aber hier... Wiegt, glaube ich... 100... Äh... 100 Gramm. Alter, wer bist denn du? Guck dir mal den hier an. Flugsaure hier. Ja, bei mir. Siehst du, wo ich bin? Äh... Warte, ich komm mal zurück zu dem Berg, Hügel. Wo bist denn du jetzt? Ich bin mal ein bisschen nach oben geflogen. Ich bin jetzt... Sehe ich dich. Sehe ich dich. So, jetzt folgt mir mal. Hier unten war er gerade. Wo ist er jetzt hin? Da so ein ganz komischer Flugsaure. Da guckt der hier. Was ist das? Oh. Der ist ja geil. Der sieht so ähnlich aus wie der hier. Nur ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Das ist viel... Viel anders. Und weißt du, was für Level ist er? Nee. 104. Der haut ab. Ah! Der haut vor mir ab. So. Ich will doch doch... Ich tu dir doch nichts. Ich will doch gucken, wie du aussiehst. Menno. Jetzt hab ich kein Fernglas bei so'n Scheiß. Ich schon. Ich hab's abgelegt, wenn ich leichter bin. Also, ich werde jetzt zurückfliegen. Ja. Und Leute, ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns natürlich nächste Folge. Bis nächsten. Bis demnächst. Tschüss. Mit peau.